Damen und Herren, ich darf mich hier einmal kurz melden als die Firma Pyroartist. Wir vertreten in Deutschland die Firma Klasek aus Tschechien. Wir sind da besser auch bekannt unter den Namen Dumbo. Ja, genau. Wir haben uns heute dazu entschlossen, da ich selber als Ausbilder der Thüringer Feuerwerkerschule den PyroWeb-Workshop begleitet habe, dass wir unsere Produkte in dem anschließenden PyroWeb-Feuerwerk dann präsentieren werden. Wir schießen da Bomben, wir schießen auch ein paar Bodensalute der Firma Dumbo. Und wir übergeben jetzt unsere Zeit an die Firma Röder Feuerwerke. Ich habe dem Felix die Möglichkeit gegeben und dem Heiko einige Produkte hier zu präsentieren. Und ich denke mal, der Felix möchte da auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich reiche mal weiter, ich wünsche euch was, wir hören uns später nochmal. Ja, schönen guten Tag, hier ist die Firma Röder Feuerwerk aus Schlüsselfeld. Wir haben euch einige Effekte in der Kategorie 2 mitgebracht. Dabei sind einige leise Effekte, aber auch einige kreische Effekte. Und das Ganze kommt als Show hintereinander weg, ohne Kommentar. Und ich wünsche viel Spaß beim Anschauen. Kleine Verzögerung noch, der Löschdruck ist noch unterwegs. So, jetzt geht's los. hrroh-streng900-gericht-error-ie-trange- inimblocks. Und ich wünsche euch nur noch drei P нас captions. Auch wenn es gut ist, ohne bene spätzt, dass wir wie viel Sauerstoff in sich nehmen. de Wo 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 tro Molt. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020